Seien U gleich 6 Volt, R1 gleich 200 Ohm, R2 gleich 50 Ohm und R3 gleich 100 Ohm in dem hierunter dargestellten Stromkreis. Berechne R, I, U1, U2, U3, I1, I2 und I3. Die Angaben sind diese U gleich 6 Volt, R1 gleich 200 Ohm, R2 gleich 50 Ohm und R3 gleich 100 Ohm. Wir suchen den Gesamtwiderstand R, den wir in Ohm ausdrücken, die Gesamtstromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken, die drei Teilspannungen U1, U2 und U3, die wir jeweils in Volt ausdrücken und die drei Teilstromstärken I1, I2 und I3, die wir jeweils in Ampere ausdrücken. Wir wissen, bei einer Parallelschaltung haben wir diese drei Formeln von Kirchhoff zur Verfügung. Die zweite Formel liefert sofort, dass 1 geteilt durch R12, R12 stellt den Gesamtwiderstand von R1 und R2 dar, gleich ist zu 1 auf R1 plus 1 auf R2. Wir ersetzen R1 durch 200 und R2 durch 50. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie natürlich gleichnamig und so finden wir, dass 1 auf R12 gleich ist zu 1 auf 40. Also ist R12 geteilt durch 1 dasselbe wie 40 geteilt durch 1 und somit finden wir als Gesamtwiderstand dieser zwei Widerstände R1 und R2 40 Ohm. In einer Serienschaltung wissen wir, dass die Widerstände sich addieren, d.h. wir finden den Gesamtwiderstand R als Summe von diesem Widerstand R12 und dem Widerstand R3. Wir ersetzen R12 durch 40 und R3 durch 100 und somit finden wir als Gesamtwiderstand R von diesem Stromkreis 140 Ohm. Jetzt die Gesamtstromstärke I. Um die herauszufinden, nutzen wir die Ohmsche Formel U gleich R mal I, aus der wir sofort schließen, dass I U auf R ist. Wir ersetzen U durch 6 und R durch 140. Und somit finden wir als Gesamtstromstärke von diesem Stromkreis ungefähr 0,0429 Ampere. Jetzt berechnen wir die Spannung U3. Um die herauszufinden, nutzen wir das Ohmsche Gesetz, das hier besagt U3 gleich R3 mal I3. Wir wissen, dass in einer Serienschaltung die Stromstärke konstant bleibt. Das heißt, wir wissen, dass I3 gleich I ist, also gleich ungefähr zu 0,0429. Hier haben wir also schon die Teilstromstärke I3 herausgefunden. Jetzt machen wir weiter und kombinieren diese zwei Gleichheiten, die sofort führen zu U3 gleich R3, das heißt 100, mal I3, das heißt 6 auf 140. Und somit finden wir für U3 ungefähr 4,29 Volt. Jetzt suchen wir noch U1 und U2. Dazu wissen wir, U1 ist gleich U2. Wir wissen aber auch, dass U1 plus U3 gleich U ist. Daraus schließen wir, dass U1 gleich U minus U3 ist. Wir ersetzen U durch diese 6 und U3 durch 4,29. Und somit finden wir für U1 1,71, also auch für U2. U1 beträgt ungefähr 1,71 Volt und U2 auch. Es bleiben nur noch I1 und I2 zu bestimmen. Das machen wir mit dem Ohmschen Gesetz, zuerst für I1. Das Ohmsche Gesetz besagt, U1 ist R1 mal I1. Also ist I1 gleich zu U1 auf R1. Wir ersetzen U1 durch 1,71 und R1 durch 200. Und so finden wir schnell, dass die Stromstärke I1 ungefähr gleich ist zu 0,00855 Ampere. Jetzt I2. Wir machen genau dieselbe Überlegung. Das Ohmsche Gesetz besagt, dass I2 U2 auf R2 ist. Wir ersetzen U2 durch 1,71 und R2 durch 50. Und somit finden wir rasch, dass die Teilstromstärke I2 ungefähr 0,0342 Ampere beträgt.